das helles stein das kleine orangene da unten ich geh mal kurz runter wo alle hier ist eine richtige ach hier ist hier ist auch das alien zeug das ist bei den aliens ne hier ist wie heißt das seltene erde lasten die auch aus sobald man das abbaut er ist natürlich schwierig mit den aliens hier da passiert nix ach du brauchst das per hand auch das kann man ja echt gut auf freie hand machen links da start uns an Werden das eigentlich immer mehr? Ja. Hast du eine Solarplatte dabei? Nein. Nee. Gerade. Für? Das müssten wir dann mal machen. Weil dann würde ich aber so machen. Bäm. Geht auf jeden Fall schneller. Ich kann auch eine craften. Warte, ich crafte eben eine. Warte, da stell ich ihn ein bisschen. Aber wir haben Nacht. Äh. Ja, okay, dann. Bauen wir das nächste Feld so ab. Würde ich sagen. Ja. Ja, Kiste habe ich auch. Dann könnte man die einfach wieder ablaufen. Weißt du? Alles einsammeln. Ja. Würde man ja wohl nicht so oft brauchen. Ich habe noch nicht gesehen, wie man die jetzt verarbeiten kann. Das wird wohl in dieser Montageanlage dann drin sein, oder? Ja. 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 Aber wir hacken hier einfach so Zeug, ey. Mitten neben den Aliens. Mitten neben den Aliens. Also ich habe jetzt 95 von denen. Ich habe 73. Das ist immer neben den Aliens. Ah, okay, gut. Ich habe das jetzt gesehen, wo du das machen kannst. Was du für einen Superkonduktor bauen, brauchst du nämlich diese seltene Erde, Kupferplatten, Schwefelsäure und Wasser. Also jede Menge. Ja. War oben bei den Aliens irgendwas? Nee, aber bestimmt bei der sagt, fetten Base da rechts noch. Und dann hast du aus dem Superkonduktor, musst du dann Kabel machen. Du hast so fünf Kunststoffstangen und fünf Superkonduktoren. Und aus diesen Superkonduktoren-Kabeln und eine blaue Prozessoreinheit machst du dann ein Alien-Artefakt. Ey. Du brauchst hier einen Alien so voll abseits rum. Und aus einem Alien-Artefakt brauchst du dann zehn Alien-Wissenschaftspakete. Ich hoffe, die greifen mich jetzt nicht an. Ich habe einen von ihnen umgebracht. Echt? Das hört mich anders. Aber mich scheint nichts zu verfolgen. So, hier ist nochmal... Ist hier nochmal was? Nee. Hier ist noch Öl, glaube ich, irgendwo. Ja, wenn du diesen Baum wecknimmst. Ja, da. Öl. Oh, sonst sehe ich nichts von dem Zeug. Ja, rechts hat er im Alien-Lager dort. Dort ja wieder. Sieh man auch nicht so gut, ne? Auf der Kati hier. Es hat auch diese Ölfarbe. Also, die komische Dealer da. Pink. Pink. Eisen. Öl. Wieder bei dir beim Wald ohne Ende. Hier oben ist noch was. Alter, also mal ein größeres Feld. Spätfreunde. Habe ich nur noch. Ne, habe ich ja noch schneller noch. Äh, normale noch. Nein, die werde ich nicht bauen. Aliens im Weg. Oh. Äh. Strommast im Weg. Ach, das wolltest du eh in die Kiste direkt, ne? Kann man das vom Laufband nennen? Ja, von DL2. Greifarm. Greifarm. Wäre lustig, wenn die einen angreifen tun. Ich habe das leichte Gefühl, dass die drei etwas überfordert sind. Oder zu wenig Strom bekommen. Ja. Gibt es sowas wie ein Generator hier? Ikone? Ne, ne. Hey, ich kann Solarmodule bauen. Ähm, brauche doch mal welche. Boah, da wird das. Jetzt überleg mal, ich habe davon mal 100 Stück produziert. Ja. Da war doch gut. Jetzt schon noch eine Range? Ja, also. Ja, es wird schon schneller. Ach, das ist geil. Guck mal hier. Hier siehst du nur diesen Stromkreis, wenn du drauf gehst. Okay. Ich meine, klar, ne? Logisch. Ist da nichts anderes dran. Einen anderen Greifarm hast du nicht rein zufällig, oder? Machen wir nur einen Greifarm. Wieso ist da auch ein schneller Greifarm? Nein, der Schnelle verbaut zu viel Strom. Achso, doch. Ich habe auch andere. Jetzt wird so zum kleinen hingepackt. Ja, guck mal, der ist viel zum Lahm. Es wird Nacht. Wir haben weniger Strom. Ja, egal. Kann ja hier arbeiten, oder? Warte, ich baue mal noch mehr hier dran, glaube ich, oder? Da kommen wir nicht mehr ran. Da ist dieses komische Gebäude lang im Weg. Natürlich ärgerlich. Geil, müssen wir halt irgendwann... Irgendwann, äh... Das Haus mal abreißen. Ich hätte hier einen Panzer. Aber keine Munition. Ja, ich habe ja mit... Was für Muni brauchst du denn dafür? Panzermunition. Warte, so. Weil ich habe ein Auto und dafür auch munizieren. Ähm, ich speichere mal das Spiel. Genau, speichere mal. Das macht... Uwe, hör auf zu spannen, sonst wirst du gebannt. Oder Max. Ich kann auch ein Maschinengewehr, Lafette, kann ich reinpacken. Ja, dann kann ich dir ja immer die Hälfte geben. Oh. Kann ich das irgendwie... Ja, die Hälfte kann ich auch... Warte mal, ich stelle mal kurz eine Kiste hier. Das ist einfach... Neon, mach da einfach linksweg bei mir drauf. Du wirst doch direkt einladen können. Linksweg auf dem Panzer. Ja, da hast du die Muni. Und wie benutze ich die? Ich glaube, einfach so wie schießen. Oh, eine Leertaste dann. Äh... Warte. Er fängt an. Oh Gott. Ein größeres Alien. Alter, du musst die Schießende wegmachen. Was schießt denn da? Haben wir es? Ausgeschafft. Guck mal, da ist irgendwie... Was ist das? Da kann man was einsammeln. Will noch nicht aussteigen, ehrlich gesagt. Was hast du da eingesammelt? Alien-Artefakte. Ja, geil. Aber irgendwie... Boah, die Karre ist fast im Arsch. Kann ich das reparieren? Ja. Ja, mein Panzer hat fast keinen Schaden genommen. Geil, hat geklappt! Wo ist dein Panzer? Soll ich ihn reparieren? Immerhin. Ja, aber der war genauso beschädigt wie meiner. Nur hat der mehr Energie, ey. So, dann können wir hier jetzt ordentlich abfahren. Würde ich sagen. Ja. So, auf der Kiste steht eine Holzkiste. Wo sind meine... Ja, ich kann nur Holzkisten bauen. Ich kann nix mehr bauen. Da ist auch wieder ein Alien, aber... Na ja, schon zu spät, mein Freund. Alle tot. Aber wieso kann ich da nicht... Doch, da kann ich bauen. Ja. Und wie sieht's mit Solar... Einen Solar, den kann ich noch bauen. Aber ist ja egal, es läuft halt, ne? Hol mal irgendwann ab. Aber kannst du noch eine größere Kiste dort hinstellen. Ja. Hab ich noch was größeres? Nö. Aber kann ich bestimmt craften. Kann... Stahlkiste craften. Ja, dann... Setz mal eine Stahlkiste. Weil die Holzkiste sind ja mir gleich schon zum Drittel voll. Ja. Jetzt ist genug Platz. Gut, wir nehmen da mal alles mit, ne? Ich wollte es mal komplett eingeladen. Achso. Ähm... Soll ich noch so ein Ladding hinbauen? Wenn du kannst. Ja, doch, doch. Ja gut, dann haben wir das auch schon mal ein bisschen. Klar. Am liebsten würde ich noch eine Kiste hier hinstellen, oder? Dann müssen wir nicht so oft, äh, hier was holen. Warte mal, wie kann man das denn machen? Du kannst ja die unteren einfach umdrehen. Ja. Dann hast du immer 3-3 gemacht. Oh, hast du schon gesehen. Äh, was hast du da jetzt gemacht? Mhm. So, oder nicht? Ja. Langsam, aber es funktioniert. So. Seht jetzt mit dem Strom aus hier. Scheiße. Ja, aber ist ja egal. Muss ja nicht schnell gehen. Ja. Wenn wir wiederkommen, ist alles voll und gut ist. Genau. Ja, ich mach jetzt mal alte Kisten leer. Na, dann. Abflug. Gehen wir zurück, ne? Ja. Gehen wir hier oben um den See drumherum. Da war ich glaube, unten weiter. Aufgedeckt hat. Ja, aber nur nicht zu viel, ne? Weil wir ja zurückfinden. Ja, wir müssen nur nach links. Nach rechts, ja. Links. Jetzt um zurückzukommen jetzt. Achso, ja. Und dort wieder hinzufinden, wer am zweiten großen See ist. Ja. Ist auch was Blaues. Da kannst du es eigentlich gut erkennen. Ich mein, diese Dinger sind halt zu schnell erschöpft. Da lohnt sich einfach kein Zug oder sowas, ne? Ja. Guck mal oben bei mir, was ich da für ein Lager gefunden hab von Illyans. Ich bin schon zu weit weg. Ich seh dich gar nicht mehr. Dann drück mal auf Karten, auf M. Achja, schon wieder. Yo, alter Schwede. Sowas müssen wir mal ausrotten irgendwann. Ich brauchst grad ein bisschen und beim Militär hin. Da können wir uns ja... Wir können uns ja mal eine Weile lang absichern und dann umstellen oder so. Obwohl du hattest nichts gefunden, ne? Ne, umstellen können wir nicht. Aber was wir machen könnten, wäre zum Beispiel mit Panzern hinfahren. Und alles ausradieren. Ja. Na, jetzt ist noch schon wieder 18 Uhr gleich. Was geht hier mal? Fick. Ja. Oh, da sind wir auch schon an der Basis. Durch den Wald schlängeln wieder, ey. Durch den Wald fahren, ja. 40 kmh fährt der Panzer 41. Geht ja noch. Nicht ganz so schnell. Na, was brauche ich denn noch? Ich bräuchte eigentlich noch eine Anbindung an Kupfer. Da ist die zwei Ärzte schon mal dran. Das wäre schon cool irgendwie. Und da kommt ein Kapitel-Panzer an. Das ist ein Blinkziel, ey. Mal steigen. So, da sind wir wieder. Ja. Du hast auch einen Panzer haben. Soll ich dir einen Panzer bauen? Also ich würde schon einen nehmen, ne? Hätte ich jetzt nichts gegen. So, was muss ich denn noch bestellen? Und hier mache ich das auch mal eben anders. Und zwar... Unser Tierband. Ja. Finger sind bestellt. Genau, so wie ich das habe. So sieht das gut aus. Die Stromversorgung muss hier eigentlich gut aussehen. Das sind über 10 Minuten rummäßig. Ja, was ist das denn? Ist das mal irgendwie ein Fisch abgeknallt oder so? Da sind Fische im See. Ja, ich hatte dort irgendwie mal einen verletzt. Krass, kann man angeln oder wie? Keine Ahnung. Ah, mit der Shotgun treffe ich die gar nicht. Halt mal einen Flammenwerfer rein. Ins Wasser. Nee, ich habe keine Muni für einen Flammenwerfer. Aber wir haben die doch hier oben irgendwo. Ja, dann holst du die doch noch. Ähm, wo haben wir die denn nochmal? Oh, hier beim Kupfer, ne? Dann kann ich hier Sammler abbauen. Okay. Ich gehe hier oben nochmal einen hin. Und bestellt das Zeug bekommen. Kupfer muss irgendwie nach dahinten. Warum lässt du nur einen Waggon vollladen? Weil der andere mit Kupfer vollladen werden soll. Oh. Was vercheckt. Oh, jetzt wurde hier wieder scheiße. Ich gehe ein Band des Förderands. Was fehlt? Ein Förderband. Da oben. Wo es ausgeladen wird. Hä, nee. Nee, gar nichts. Ja, doch. Ach, na. Ja, ja, da. Ja. Experte. Ja, das muss ich gerade abreißen. Ja. Alles gut. Wir können auch 100 Roboter bauen. Brauchen wir ja auch, ne? Ja. Wieso hat der gerade nicht gearbeitet? Achso, weil er gar nichts abliefern kann. Ja, aber Stahlplatten, Alter, das läuft richtig gut. Kupfer läuft gleich auch wieder gut, wenn wir genug Erze haben. Weil da stoppt es nämlich. Das ist das Problem, glaube ich. Kupfer? Kupfer? Oh, dieses Rohr hier. Ja, gar nicht. Wie mir ist doch. Den mache ich gerade. Meine Spitzhack ist schon wieder im Arsch. Deswegen habe ich immer 5 Stück produziert. Du kannst auch 5 Stück da reinlegen. Achso, okay. Das ist geil. Ich muss das auch direkt mal. So, jetzt kommt man hier wieder durch, ey. Was weiß die. Verheirrt. Verhöht. Kommt das schon voll Bukake-mäßig. Bukake, was? What the fuck? Du bist einfach 1 zu 1 durchbuilder, das ist ja kacke. Okay, ins Leben. Okay. 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 das mit forschung wieder irgendwie nicht weniger der hero wo sind sie bei dem neuen bahnhof ja ich hab da was für dich was denn ein panzer der ist deiner ja sehr cool haben wir beide panzer welche munition hast du du hast schon eine panzer brechen ja die rote hatte ich mir gemacht wollen wir mal unten die basis ausräuchern kann man machen kannst du mir gerade eine stahlkiste hier hinstellen habe ich noch habe ich noch ja hier dann packe ich nämlich alles rein ja warte ich muss hier nochmal kurz oder warte dann stelle ich das mal wieder nochmal ein kurz ich brauche noch eine kiste ich brauche noch eine kiste du brauchst noch eine kiste ich bin wirklich nur munition und ja ich muss mein zeug auch noch loswerden da baue ich halt nein ich kann kein starkes bauen ja geil weißt du was wenn du steuerung links krieg machst dann kannst du von der einen ressource alles reinschmeißen mit einmal steuer ach so steuerung ja vielleicht gar nicht so gut ich hätte ja noch muni machen müssen kupfer und stahl ja ich habe 31 schuss das wollt bei erst 3 ja ich und stahl dann packe ich den rest mal weg und die nun die mit sonst habe ich doch scheiße da unten habe ich noch ganz viel in der leiste ey ich habe sogar granaten das ist ja sachen soll man direkt dann auch noch mal solare dinger und so mitnehmen falls es da was gibt wäre das eigentlich ganz cool was direkt machen können oder nicht ihr wollt nach unten zu dem ersten lager was uns schon getötet hat ja ok dann krass man kann echt granaten werfen ok dann brauche ich jetzt nur noch kupfer und stahl ach so hast du das jetzt gemacht sehr gut ja hast du noch genug um das beim kupfer auch zu machen ne ich habe mir nöde genommen die schon vorhanden waren ja siehst du also besser kriegst du das kaum so ich hol mir kurz noch ein bisschen stahl ich glaube ich habe den panzer auch weggelegt gegen ich die 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 Untertitelung des ZDF, 2020